Man muss irgendwie schaffen, dass man ab 8 Uhr oder halb 8 Uhr, nachdem man das Konzert anfängt, richtig konzentriert da sein kann. Das ist das Allerwichtigste. Spielen wir, kennen wir alle eigentlich, wir sind immer gut vorbereitet nach Möglichkeit. Das ist technisch, instrumental, gut, aber der Kopf muss arbeiten. Man muss absolut konzentriert sein, genau zu diesem Zeitpunkt. Das ist nicht immer. Mit Jetlag ist das eben problematisch, weil man eigentlich das andere stimmt. Man will einfach schlafen, man fragt sich, was mache ich jetzt hier auf der Wöhne? Und danach, man muss sich zwingen und irgendwie kann man das auch heintrainieren, wenn man sehr viel reist und viele Konzerte spielt und man weiß ungefähr, wie man damit umgehen soll. Ich bin verheiratet mit meinem Instrument. Das ist meine zweite Frau sozusagen und die nehme ich dann immer mit auch aufs Zimmer, im Hotelzimmer und übe dann auch jeden Tag ein bisschen. Also das gehört zum Selbstverständnis. Und hier bereite ich mich insofern vor, dass ich versuche, so viel wie möglich zu schlafen. Wenn ich gut geschlafen habe, spiele ich Superkonzerte. Wenn ich nicht so gut geschlafen habe, dann nutzt auch Üben nichts. Also insofern ist die Sache relativ einfach. Also insofern ist die Sache ein bisschen zu schlafen, wenn ich nicht so gut schlafen habe, wenn ich nicht so gut schlafen habe, dann würde ich mich nicht zu schlafen. Danke. Vielen Dank.